Viele Pflegeheime, Pflegedienste und Krankenhäuser verlassen sich viel zu sehr auf die eigenen Auszubildenden. Das macht keinen Sinn, wenn man eben seinen Personalbedarf gedeckt haben möchte. Und warum das so ist, das erfahren Sie in diesem Video. Willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Michael Moskall von pflegekraft.de und wir haben bereits mit unserem Team über 150 Pflegeheimen, Pflegedienste und Krankenhäuser dabei geholfen, mehr Bewerbung zu bekommen von Pflegefachkräften und Pflegekräften und denen dabei geholfen, diese auch einzustellen. Und ja, wir bekommen von Interessenten immer wieder mit, dass sie ja genügend Auszubildende haben und dann dementsprechend ja da auch einige examinierte Pflegekräfte durch diesen Weg dann eben bekommen. Nur da gibt es einige Probleme, die auch immer wieder auftauchen. Und zwar bekommt man zwar mehr Bewerbung natürlich auch für die Ausbildung. Das heißt, dort gibt es jetzt nicht so ein großes Problem wie jetzt von dreijährig examinierten Pflegekräften, dass da jetzt irgendwie Mangel an Bewerbung herrscht oder Sonstiges. Nur auch bei der Wahl der Auszubildenden, wer bei ihnen dann die Ausbildung anfängt, passieren eben schon Fehler. Das heißt, man wählt Personen aus, die dann vielleicht diese Ausbildung absolvieren, aber dann nicht bei ihnen bleiben, aus welchen Gründen auch immer. Und das kann man auch schon vermeiden, indem man auch wirklich dafür sorgt, dass man noch mehr Auswahl bei den Auszubildenden hat und da wirklich darauf achtet, wer passt hier rein und wer bleibt hier auch voraussichtlich mehr als nur in dieser Ausbildungszeit dementsprechend. Weil wenn sie jetzt sich nur darauf verlassen, ja, ich habe fünf examinierte Kräfte dann im gewissen Monat dann, wenn die Ausbildung zu Ende ist und dann wechseln die aber oder kündigen oder Sonstiges, dann fehlen ihnen wieder diese Kräfte und aus anderen Wegen bekommen sie eben keine Bewerbung oder schaffen es nicht, die Leute zu einem Vorstellungsgespräch zu animieren oder dass sie überhaupt bei ihnen anfangen, dann haben sie wieder ein großes Problem. Und wenn man sich zu sehr darauf verlässt, dann haben sie dann wieder dieses Personalproblem, weil sie dachten, okay, die Auszubildenden werden fertig, aber letzten Endes merken sie dann, okay, dass sie dann doch nicht bei ihnen bleiben und das ist natürlich problematisch. Und auf der anderen Seite haben wir da natürlich die Problematik, dass eine Ausbildung ein sehr langer Prozess ist. Also wenn das Ganze drei Jahre eben dauert und sie brauchen jetzt aber Fachkräfte oder voraussichtlich im nächsten Jahr oder Sonstiges, müssen sie immer viel zu weit in der Zukunft natürlich planen, damit das Ganze auch hinhaut. Und dann gibt es auch noch einige, die die Ausbildung vielleicht gar nicht schaffen etc. Und sie haben einfach eine große Unsicherheit, ob diese Fachkräfte dann tatsächlich da sind, ob sie dann antreten auch nach der Ausbildung oder nicht. Und so einen langen Prozess, sich nur auf so einen langen Prozess zu verlassen, der drei Jahre geht, ist natürlich nicht gut. Also sie brauchen irgendwie die Möglichkeiten auch zu sagen, wie komme ich an Pflegefachkräfte in relativ kurzer Zeit, wenn der Bedarf eben da ist. Und bei den Auszubildenden, wie gesagt, das ist ein super Kanal auch, keine Frage. Also sie sorgen sie immer dafür, dass sie genügend Auszubildende haben. Aber achten sie darauf, dass sie da auch Auszubildende haben, die dann auch nach den drei Jahren bei ihnen bleiben. Und nichtsdestotrotz sollten sie sich eben um Kanäle kümmern, wo sie relativ schnell an dreijährig examinierte Pflegekräfte auch kommen. Unabhängig von den Personen, die bei ihnen jetzt eine Ausbildung machen oder nicht. Denn die Gefahr ist einfach viel zu groß, dass wenn sie sich darauf verlassen, dass sie sich einfach darauf ausruhen. Das bedeutet, sie kümmern sich nicht aktiv um andere Wege, um andere Prozesse, wie sie an Bewerbungen kommen oder Sonstiges. Und wenn sie sich einfach darauf ausruhen, dann haben sie halt das Problem, sobald es akut wird, dann stehen sie da. Dann haben sie keine Maßnahmen, dann haben sie keine erfolgreichen Systeme aufgebaut, dass sie Fachkraftbewerbungen bekommen, Fachkraftforschungsgespräche führen und die einstellen können. Und erst dann fängt man an, darüber nachzudenken, dass man halt etwas braucht. Und dann ist es meistens eben schon viel zu spät, weil sie dann einfach die Monate gehen ins Lande. Sie brauchen eigentlich Fachkräfte. Eine Unterbesetzung ist da, etc. Eigene Pflegekräfte müssen einspringen. Das vielleicht auch permanent oder schon über längere Monate. Und schon sind sie in einer gewissen Abwärtsspirale, wo sie halt nur sehr, sehr schwierig rauskommen oder beziehungsweise etwas dauert, bis sie aus dieser Abwärtsspirale wieder rauskommen. Und daher sorgen sie immer dafür, dass sie unabhängig von ihren Auszubildenden Fachkraftbewerbungen haben, die sich bei ihnen melden, Initiativ, die einfach auf sie zukommen und so immer dafür sorgen, dass sie halt genügend Forschungsgespräche haben und auch extern Leute einstellen können, ohne dass sie drei Jahre dafür brauchen, bis sie examiniert sind und dann als Fachkraft dementsprechend bei ihnen gelten. Und wenn sie erfahren möchten, welche Wege es heute gibt, dass sie auch erfolgreich Bewerbungen von Fachkräften erhalten, die sich bei ihnen melden, zu den Forschungsgesprächen kommen und dass sie daraus auch welche einstellen können, dann tragen sie sich jetzt unter www.pflegekraft.de ein für ein kostenloses Beratungsgespräch, wo wir uns ihre Situation individuell anschauen und dort wirklich entdecken, welche Wege gehen sie noch nicht, was kann intensiviert werden, was kann verbessert werden, so, dass sie zukünftig mehr Fachkraftbewerbungen erhalten und mehr einstellen können, unabhängig jetzt von der Ausbildung. Bis zum nächsten Video, ihr Michael Moskal vom pflegekraft.de Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.